Hallo liebe Leute und willkommen zu einer wundervollen Folge TTT. Mit dabei ist die Alive, die mir schon da in dein Gesicht hängt. Dann der liebe Yoshi. Hallo. Und die Chiri. Hallo. Und die Davids. Hallo. Und der Jan. Hallo. Und die Dani. Hallo, du weißt doch gar nicht, dass sie wundervoll wird. Du lügst. Und der Foxy. Und mich begrüßt als letztes, weil ich in seiner Moderation gemöbbt hab. Ich bin Dani Tactile. Nein, weil ich die Liste nachgegangen bin. Ach so. Was? Bei mir steht Foxy sau weit oben. Bei mir als erstes. Foxy. Mach überall anders. Foxy. Pff. Dams, was machst du? Dams hat eine Bombe gesetzt. Dams hat eine Bombe gesetzt. Dams hat eine Bombe gesetzt. Aus. Böse. Okay. Ja, okay. Ja, bitte nicht allein. Bitte nicht allein. Nee, nee, nee. Ist ja gut. Die macht doch nicht. Ich hab Dams erwischt wie eine Bombe. Immer wenn er live sagt, sie macht nichts, dann schießt sie rein. Dann geh weg von der Bombe. Ist voll gemein. Ich bin gestorben. Ich bin jetzt hier. Ich hatte eine zweite Chance. Bleib doch mal ganz ruhig. Ich tue euch doch gar nicht. Ich schneide den blauen Rad durch. Weißt du, ich komm zu euch und gleich mal. Allein geh weg. So schlimm stink ich doch gar nicht. Doch, Allein. Boah, ich dachte so, ich bin jetzt tot. Ey, Dams, das war ein bisschen dumm, ne? Lass mich einfach nicht beobachten. Das nächste Mal. Dazu bei Blut. Ich denk immer so, warum steht ein Dapper? Hat er noch ne Unmod? Ist ja gut. Dann so, tot. Über Bombe hin. Okay. Da ist Yoshi. Da ist Shiri. Nein. Stimmt, du hast dich aber runtergefallen. Ich hab Dams. Jan, bist du runtergefallen? Jan ist, glaube ich, runtergefallen. Das klang nach einem Inkompetenz. Nein. Ich kann Dams und Modeln aufeinander ansehen. Jeder hat es schon mal. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Es gibt keinen Dams mehr gerade in der Runde. Ach, Dams, Mensch, was machst du denn immer für Sachen? Jan ist runtergefallen. Du bist nicht böser Junge. Siehst du denn unten, oder was? Mann, ey. Die schlimmste Fuchs. Du hast wiederbelebt. Schon nicht gerade so leise, die Map, ne? Ja, das habe ich gemeint. Die Map mit den Kackgeräuschen. Okay, da ist gerade wieder runtergefallen oder so. Ich habe einen Tod gehört. Wir haben es auch schon gehört. Jan? Schiri, Schiri. Nee, Schiri. 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 Ich glaube, es ist Schiri. Ich glaube, es ist Schiri. Wie kannst du es nur sein? Dann können wir uns sicher sein, dass Dams nicht mehr wiederkommt. Schiri wird ihn nicht finden. Schiri. Hä? Schiri, nein, nein. Oh Gott. Boom, Digga. Boom, Digga. So. Wo sind jetzt die anderen? Oh, dann. Schiri. 2 vs. 2. Äh, was? Wieso 2? Äh, äh, sag ich schon, äh, 1 vs. 1, 2. Sorry, sorry, sorry. Wo ist Dams? N-nirgendwo. Wie kommst du darauf? Weil du eine kleine, dreckige Lügnerin bist. Hab dich lieb. Hat du nie gesagt. Aber dreckig bin ich nicht. Ich weiß duschen. Ich war zum Stinkst du. Ich wollte so von den anderen nicht sagen. Du warst doch klo. Mh, danke für die Kritik. Konstruktive Kritik. Gern geschehen. Hab dich auch... Also Dams ist nicht am Leben. Weiß nicht, was du meinst. Hey, Drecki. Drecksvieh. Alter. Wie ist das? Ne, ich sag's doch. Dams ist nicht am Leben. Drecksvieh. Ich hab dich gerade gesehen, du Blöde. Ach man ey, dieses Lachen ey. Das macht mich voll nervös. Hör auf zu lachen. Ich auch, Alter. Leute, ihr seid tot. Tote lachen nicht. Das macht mich lustig. Oh sorry, das war jetzt richtig viel für mich, ich weiß. Och Dani, komm schon. Ich bin so richtig schwach, schwach und alte Knochen. Ich hab dich gerade gesehen, du bist von mir gelaufen. Kaputter Rücken. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Guck mal. Du ziehst... Ich hab gleich Overtime. Und dann ziehen wir das voll in die Länge. Und das mag Josh nicht. Ich hab dich gerade schon wieder gesehen. Ey, du ziehst voll das gleich in die Länge. Wieso zieh ich denn die Länge? Wieso zieh ich denn die Länge? Okay, okay. Treffen wir uns irgendwo? Ich kenn die Map nicht. Das ist jetzt keine Ausrede. Das ist ernsthaft. Okay. Och Shiri. Komm, ihr habt voll lang Overtime. Wie lang denn? Das ist gut. 3 Minuten 22 gerade. 3 Minuten 15. 3 Minuten 23. Okay. Wieso lacht ihr denn so? Mein Gott. Ich mach mich voll nervös gerade. Es nervt richtig, ne? Sind wir es da wesens eigentlich? Bestimmt laufen wir immer so knapp aneinander vorbei. Ja, okay. Das war ein Ja. Oh, ich lege. Sch-man. Tja. Jetzt können wir zwei über Politik und... Mein Gott! Das ist so mal komisch! Ich krieg dich immer schon alles zu mir weg! Oh Mann. Shiri, gehst du mir auf den Sack! Hm. Hm? Bibi! Bibi! Bibi, komm bitte zurück. Bibi! Hä? Was denn? Du weißt genau, dass ich dich grad hatte, du blöde Ziege! Okay, ich bin also ne Ziege. Nee, ne blöde Ziege! Keine Ziege? Bibi! Und wo ist der andere? Wo ist der andere? Ach da. Wack da. Pazzi! Lästern! Lästern richtig! Ich merke es! Du auch? Oh, geht ihr mir auf den Sack, Leute! Aha! Hihi! Oh! Oh! Scheiße! Was denn jetzt passiert? Was passiert? Geile Waffe! Weil wir sie schießen! Wo bist du denn? Frag ich dir nicht. Gepetzt. Das kenn ich von meinem Vater, der sagt das immer, als ich Kind war. Ich hab nie gepetzt. Das war ne Lüge. Mensch, Jirilla! Jaaa! Jaaa? Dann ist er? Nuller Godzilla! Ist mir so übert auf die Nerven! Pin kein Quetzela, ich bin doch ne Ziege! Oh mannnnnn! Hab noch voll lange Overtime! Treff uns jetzt endlich mal! Ich hab nen hohen Ping! Ich geh jetzt doch zu dir! Ich geh jetzt doch zu dir! Okay, wo bist'n du grad ungefähr? Was denn?! Und dann kommt das... Oh mein Gott! Och nee! Oh Leute! Oh nee, Mann ey! Ich werd' mir einfach aufhören! Nein, dampfst du lieber, werd' ich nicht aufhören! Wir brauchen keine Wasser mehr! Die Katze wird dich besiegen! Im Namen von Sailor Moon! Was ist das denn?! Scheiße! Gra- gerade auf Shiri drauf, trink gerade und dann steht Daniel auf einmal neben mir! Ja, ich hätt' fast meine kompletten Bildschirm vollgerotzt! Noch so eine Runde und wir haben in einer Folge nur zwei Runden! Wir haben zu viele Sachen im Chat geschrieben! Wir waren im Kiosk! Wir waren im Kiosk! Wir sind so stolz auf dich! Wir haben... Wir haben... Ja gut, das arbeiten für uns! Das könnt ihr euch ja in unseren Folgen angucken! Boah ey! Oh Gott! Ich hab' mein Best gegeben! Ich hab' mein Best gegeben! Okay, Shiri ist immer weggelaufen! Hab' ich gesehen, wie ich dann immer auf Shiri und dann Shiri weggelaufen ist in dem Moment! Shiri ist immer weggelaufen! Ich einen Schuss, Shiri rief! Hallo! Nein! Try your best! Ja, jeder hat Waffen hier nicht! Random Reapons! Random Reapons! Du kannst sie nicht wegwerfen! Oh nein! Ich hab' ne Negev! Ne Negev! 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 Negev geht ja noch was so! Besser als ne Huge! Was hast du denn? Ich hab ne Huge! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich hab' ne Ex! Ne Ex ist gut! Übrigens, Dani, Dani! Letzte Runde! Stehst du neben mir, während ich mein Zivir plante und meins am Ende, Boah, ich bin dumm! Ne Minute lang steht hier neben mir, statt mich direkt abzuballern! Ich hab' mein Zivir in Ruhe! Ne, ich guck' dass er was macht! Der doch! Ach, ich wollte grad... Ich wollte grad... Warte grad! Daniel hat... Daniel hat zwei... Zweimal Second Chance geprobt in einer Runde! Ich hab' den Schiss! Ja! Wie kann man so begrüßen? Als Dete! Ja, als Dete! 25 Prozent! Da... Ja! Wobei, vielleicht hat sie's auf 50 einmal... Boah! Mega geschossen! Oh Gott! Nein! Hilfe! Allein! Hilfe! 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 Jan ist raus! Äh... Okay, alive! Ich... Ich... Ich hab grad wirklich auf gar keinen geschossen! Ab... Abkonferenz! Traitor! Moller, bist du noch am Leben? Ja, ich hab' den... Ich war da drin und es ist zugegangen! Hä? Ja hier bin ich reingegangen und es ist zugegangen! Hast du nicht gemerkt? Ja, Josh! Nee, ich hab' dich gar nicht gesehen! Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch! Josh, wer ist proven? Wird wieder zu! What the fuck? Was ist das? Hä, aber... hä? Daniel wurde halt von Jan angeschossen! Der geht's los hier! Ich weiß nicht! Josh, hier! Hier, hier! Brauchst du... Achso, ich... ich war grad schon... Hä? Wo bist du? Tja, Damis, das wüsstest du wohl gern, oder? Ja? Äh, ja! Verdammt, das war nicht... Ich hab' nicht geschossen! Ich hab' nicht geschossen! Stopp! Ähm, dann... Nein! Jan lebt nicht! Hä? Hä? Nicht! Ich hab' ihn dann runtergeschmissen! Ich hab' ihn dann runtergeschmissen! Ich hab' ein paar Punkte bekommen! Oh Gott! Nee! Du bist ja schuld, dass ich... Du bist ja schuld, dass ich grad'n Punkt ausgeben muss! Für'ne Heal Station! Hey! Oh Gott, willst du mir auch eine schenken können! Ich wollte... Foxy bist bei mir? Na, ist Foxy! Ja, komm, wir gehen noch ein Stück! Ah! Oh! Ja, sie hat gestorben! Ah, da sterben noch! Oh Gott! Lauf, Foxy! Ähm, Moller! Moller, es ist okay! Es ist okay! Es ist okay! Wollt Moller! Beschütze sie halt, die Detektiv! Wollt Moller! Okay, ich fallte hier kurz ein bisschen! Musst du mich beschützen! Okay! Nein! Dann kann man's auch machen! Du hast Jan wiederbelebt! Hey! Die... 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 Die Runde war... Vier Minuten schneller als Jan nachher! Okay, okay, dann... Dann schießen wir! Dann schießen wir! Dann schießen wir! Wieso... Wieso sollte ich den Traitor wiederbeleben? Vor allem... Wenn so viele Leute drumherum stehen! Das weiß ich doch nicht! Was ist das denn? Ich nehm Jan... Schmeiß ihn runter! Fail dabei noch! Weil... Nicht auf die Schienen knallen! Ich wär gern mal... Ich wär gern mal auf den Zug gesprungen während der fährt! Ja, ich dreh mich nur... Alter, Josch, du hast mich richtig hart getrollt mit dem... Wer auch immer den Randomizer benutzt... Doch, wie hast du irgendwas, ne? Also, wer auch immer DT ist, immer Randomizer, bitte! Du hast mich richtig hart getrollt! Ach, hatte deine Waffen überschrieben alle? Oder was? Ne, das... Das meine ich nicht! Ich hätte gerade in dem Moment einen Free-Kill gemacht mit meiner Tucho und dann... Schwupp! Keine Waffen! Moller! 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 Schon wieder? Hä? Wieso schreit sie denn denn so rum? Ich weiß es auch nicht... Ja, Moller ist wieder beim Detective... Ach, Moller! Oh Gott! Moller! Ja, Moller ist gecallt! Moller ist gecallt! Moller ist gecallt! Tötet ihn! Alter! Hä? Moller hat doch gar nichts gemacht! Der war doch bei mir! Alive! Na... Hä? Alive! Hä? Moller und Alive sinds dann! Hä? Ich... Hä? Moller wurde von Dani gecallt! Und sie ist tot! Hier ist noch jemand tot! Moller... Moller ist... K.O. Moller ist tot! Moller und... Ich würde sagen... Moller und live! Easy peasy! Moller! Nein! Was ist denn mit euch los, Leute? Alive bist du... Ja, aber Moller ist es doch... Alive! Alive! Auch Alive! Kannst du mich nicht töten, weil ich unsterblich bin? Was ist denn mit euch los, Leute? Zwei Sekunden später anzufeuern? Moller! Moller! Moller, ich will auf den Spielraum! Ich will die anderen Runden kompensieren, weil die waren so... War eine... Ja! Du wirst jetzt richtig Tempel machen! Richtig Tempel machen! Einmal Spielrunden, weißt du? Einmal... Endlich habt ihr mal wieder eine Folge, wo ihr schön sechs, sieben Runden gemacht habt! Ja, das ist die Elf... Erste hat sieben Minuten gedauert, was hat das dann nach der Sache! Die anderen hat einein und eine Halbe! So... Kommen wir mal! Hallo Molli! Ich glaub ich... Das war dann... Ich glaub ich muss die Folge irgendwie so... die wahrscheinlich kürzeste Folge... äh... der Session nennen... Hallo! Um... damit die Leute dranbleiben! Na ja, so... Komm nochmal, Dede! Awww! 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 Warum nicht? Ja! Weil du gefährlich bist! Warum bin ich denn gefährlich? Ich bin nicht gefährlich! Doch! Das glaub ich dir nicht! Das glaub ich dir trotzdem! Du bist gefährlich! Du leckst fest! Du leckst fest! Sehr gefährlich! Ja, ich hab fest gesetzt! Dann darfst du kein Eis abnehmen! Ich hab selber Mayo! Eis! Eis! Vergecht mir Eis! Du kriegst Meile, Mayo! Nein! 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 Was ist denn der Dolly? Also dann tut's mir leid! 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 Okay, Dani! Erleif! 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 Hab sie! Okay, Foxy! Dann haben sie! An sowas denkt sie nicht! Hey! Du bist tot! Schweige! Dann... Okay, es sind noch zu viele am Leben! Scheiße! Hey, hier ist das tot! Siri? Wir bringen die erstmal weg hier! Warum hast du nichts gesagt, als du da warst? Oh! Was? Zack! Hä? Wo ist Siri? Wo? Was passiert... Was passiert mit den Leichen? Was... Hä? Galileo Mystery! Forsch! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich geh mal suchen! Ich geh mal suchen! Hoi! Habe nicht ganz funktioniert! Oh! Je, je, je! Moment! Setzen wir hier hin! So! Nicht in die Wand packen! So! Nein! Schade! Das wär cool gewesen! So! Oh, jetzt liegt sie da und schläft! Ist ja confirmed! Okay! Weg von meiner Leute! Wer war da? Schiri. Schiri beobachtet mich. Komm, geh mal da oben. Nein, steck hier fest. Oh. Ist bequem da oben. Oh, das sieht aber nicht so aus wie du da liegst. Dams hat Explosionsschaden? Nein. Schiri? Alive schläft? Nein. Ist doch doof, ey. Ich weiß. Dams ist an Explosionsschaden gestorben. Da ist Yoshi. Ach, Dams ist einig. Okay, okay. Ich wollt's nur sagen, dass man so... Ja, ja. Ich bin ein Snoop. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Stopp Molly, lass mich mal durch. Ich bin einfach nur ein Noob. Hä? Ja geh halt. Wo willst du jetzt hin? Geh du erstmal vorbei. Ich geh lang. Okay. Versteben, brauchst du mich? Mola? Wollen wir spielen? Wer war das? Oh Schiri, oh nein. Guck mal, ich bin wieder bei Alive. Woste das ist Schiri? Was? Ja. Was schießt jemand? Ja, ich hab wohl das gleiche geschossen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Firi. Hast du das gesehen? Wo bist denn du? Was hast du für eine Waffe? Ach so. Das ist ein Bild von dir, ich krieg gar nichts an. Ach so. Das ist ein Bild von dir, ich krieg gar nichts an. Das ist ein Bild von dir, ich krieg gar nichts an. Das ist eine coole Waffe. Ich dachte, ich könnte jetzt Jans Leiche suchen, aber... Okay. Schleck mal Aliren bitte. Wir haben zu Ende seinem Leben. Rios. Schiri. Dreh um. Malachi, schieß gleich. Schiri's AT. Ich hab ja vorhin schon gesagt. Hä? Scheiße, wie kann ich das benutzen? Klick in die Person rein. Wozu sage ich das denn noch extra? So, komm mal mit Alive. Wir gehen jetzt an einen besseren Ort. An einen hin. So. Oh, warte. Jan ist rot. Schiri hat das Alive geschafft. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass er es geschafft hat. So. Oh. Ja, okay. Du musst halt nur rauskommen. Komm, wir beleben dich wieder mit dem Strom. Ja. Warte. Warte, warte. Vielleicht der Rauch. Vielleicht der Rauch? Ich muss die Gase einatmen. Gase einatmen. Ja, vielleicht. Ja? Vielleicht öffnet sich dann die Karte. Gute Mann, ich wollte noch zu Dani. Ihr seid so gämlich. Danke für's Sachen in der Welt. Ich war da gar nicht. Ich hab doch gar nicht gemacht. Der Molla war. Ich war. Das war der Molla. Danke fürs Zuschauen und schau bei den anderen vorbei. Lass den ganzen sehen. Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also tschüss. Foxy stinkt. Abonniert. Boxy stinkt. 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 Boxy stinkt.